Hey, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich bin Jimmy Neutro und ich zeige euch heute meinen unglaublichen Gedankenblitz. Heute habe ich nämlich was krasses vorbereitet für euch. Und zwar ein Bett. Das krasse habe ich auch noch nicht gesehen tatsächlich. Aber das coole bei dem Bett tatsächlich ist, ich kann jetzt hier starken, fechlichen Ozean machen. Meine Frisur sitzt dann übrigens immer noch. Ich kann einfach sagen, Trigger, Bett und dann bin ich wieder zurück von meinem Bett. Beziehungsweise ich kann auch zu diesem Bett hier gehen. Warum sind die Monster denn hier? So, ich kann zu diesem Bett hier gehen. Und kann dann irgendwo hinrennen. Kann zum Beispiel meine schöne Schafi angucken. Hallo. Ich habe das mittlerweile übrigens angeleint, weil ich es so süß fand. Und kann jetzt nochmal Trigger, Bett eingeben. Und bumm, wieder bei meinem Bett. Die Frage ist natürlich jetzt, zu welcher Entity tippe ich mich da? Weil irgendwie muss ich ja die Koordinate kriegen. Die Antwort ist, zu gar keiner. Es gibt keine Entity, zu der ich mich teleportiere. Aber wie finde ich dann eigentlich die Position von meinem Bett wieder? Und das ist eigentlich relativ simpel. Ich habe hier, ich kauhe ja Kaugummi. What the fuck? Ist mir gar nicht aufgefallen. Egal. Ich habe ja Koordinaten, die ich abspeichern kann mit dem neuen Data-Get-Befehl. Data-GetEntityAtS. Und dann kann ich zum Beispiel die Position von mir getten. So die X-Position beispielsweise oder die Y-Position oder die Z-Position. Die kann ich getten. Die gette ich auch momentan die ganze Zeit. Das seht ihr da an der Seite da neben mir. Ähm. Aber das mache ich nicht nur durchgehend von meiner Position. Das mache ich tatsächlich auch, wenn ich mich auf mein Bett lege. Da habe ich nämlich noch Scrobar Directed Sense Beside bei Bett X. Also ich habe hier meine Koordinaten für Bett. Und wenn ich mich zum Beispiel in ein anderes Bett lege, dann aktualisiert sich diese Koordinate. Das heißt, ich speichere mein Bett in Koordinaten ab. Und was bringt mir das jetzt genau? Ähm. Ich kann mich dann, je nachdem wie viele Blöcke ich quasi weg von diesem Bett bin, ähm, mich dann in die Richtung teleportieren. Und da habe ich einen Command für. Der heißt Scrobar Player's Operation. Da, hier. Und kann zum Beispiel gucken. Ich bin... Oh, warte mal. Ich muss mich... Wenn ich zum Beispiel... Hallo. Ja. Machen wir so ein bisschen die Haare ein bisschen nach oben halten. Dankeschön. Ich hoffe, Ihre Arme fallen nicht ab. So. Wir nehmen schon ein bisschen länger auf, tatsächlich. Ihr seht, ähm, ich habe hier meine, ähm, meine X-Position ist quasi gerade sechs Blöcke weit zu weit vorne. Also müsste ich mich dann in sechs Blöcke Richtung negativ X teleportieren, um dann beim Bett zu landen. Genauso in die andere Richtung wäre es dann, dass ich mich in positiv sieben dann quasi in dem Fall teleportieren müsste. Wie habe ich das gemacht? Relativ simpel. Wirklich. Das ist wirklich einfach. Keine Sorge. Ähm, ich habe hier erstmal den Bett-Command. Das heißt, dass man den Trigger erstmal enabelt. Also, das ist ein Trigger-Command. Deswegen kann ich einfach Trigger-Bett machen. Ähm, dann kann ich sagen, jo, wenn du dann den Bett-Score auf 1 hast, also wenn du quasi höher bist als 1, was automatisch passiert, wenn du Trigger-Bett eingibst, dann, ähm, wirst du in Game of Spectator gesetzt. Außerdem führst du dann diese Funktion ja aus, diese Teleport-Funktion. Und die führt so lang ausgeführt, bis du wirklich bei deinem Bett bist. Also quasi, wenn diese X-Position, Y-Position und Z-Position später, also diese Scrobar Operation, die ich hier ausführe, dann bei Nulles, auf allen Koordinaten. Das heißt, wenn ich wirklich genau da bin, wo das Bett ist, dann werde ich dahin teleportiert. Und dann hört es auf. Und das funktioniert so, indem ich nämlich diese Bett-Teleport-Funktion ausführe. Und dann macht er folgendes. Er gettet jedes Mal, wenn diese Funktion ausgeführt wird, nochmal separat, meine X-Position, meine Y-Position und meine Z-Position. Daraufhin nimmt er die X, Y und Z-Position und nimmt die sozusagen minus die Bett-Position. Und je nachdem, was da für eine Zahl rauskommt, wenn eine positive Zahl rauskommt, zum Beispiel wenn eine 100 rauskommt, könnte ich mich dann einfach 100 in Richtung negativ bewegen, damit ich dann 100 Blöcke näher bei meinem Bett bin. Und ich habe das halt in dem Fall so gemacht, dass ich das in 100er, 10er und 1er Schritten gemacht habe. Einfach damit es schneller geht. Damit man nicht so viele Commands jeden Block einzeln sich teleportiert. Und damit man die Funktion nicht so oft ausführen muss. Damit es nicht laggt. Und im Endeffekt ist es dann genau das. Also mehr wird noch nicht gemacht. Also das ist jetzt einfach für die ganzen, das ist einfach für die Position X, wenn die über 100 ist, wenn die 10 ist, 1 oder wenn sie unter 100 ist, unter minus 100, unter 10 oder minus 10 oder unter minus 1, wird man dann mal in die Richtung teleportieren. So, und das ist genau das, was hier gemacht wird. Immer für X, Y und Z. Und dann wird hier in der Funktion ausgeführt, für die Funktion nur nochmal aus, wenn dein Score nicht 0, 0, 0 ist bei diesen Sachen hier. Also quasi, wenn die Differenz von den zwei Koordinaten von Bett und Spieler gleich 0 ist, wenn das derselbe Punkt ist, dann hör auf damit. Und dann macht er folgendes, er geht einfach zurück und resettet seinen Bet-Score, er geht wieder in Game of Survival und er tippelt sich nochmal um einen Block nach oben, damit er, naja, nicht im Bett drin steckt. Genau, und das ist sozusagen alles, was man dafür machen muss. Das andere, was ich hier noch habe, das ist das Set-Bett, das ist quasi ein Scoreboard, das heißt Click-Bett, das ist das Detected quasi immer, wenn ich das Bett klicke. Und dann macht er folgendes, er macht, dass er die eigene Position zu seiner Bett-Position speichert, dass ihr quasi, sobald ihr auf eurer Bett klickt, die Position gespeichert habt. Ihr könnt logischerweise Bett setzen und das abbauen, das geht. Das habe ich auch nicht geändert, weil es gibt keine Entity, die irgendwie was testen würde, ob da noch ein Bett ist. Das finde ich aber okay. Ich finde es eine coole Methode, sein Bett zu setzen, sein Home zu setzen, um dann später zurückzukommen. Und ich fand das für NoGravity eigentlich eine richtig coole Idee. Das Ding ist, ich werde es wahrscheinlich nicht mit Commands machen, weil es passt nicht so rein. Ich finde, das ist ein bisschen uncool, deswegen werde ich das, also wird man kein Command bekommen, sondern es wird irgendwie ein Item geben. Es wird wahrscheinlich so eine Art Magic Mirror geben oder sowas, wie ihr es vielleicht aus Hexit oder sowas noch kennt. Und dann kann man sich da mal zu seinem Bett teleportieren. Ich dachte, das ist eine coole Idee, wenn ihr das auch gut findet, ist ziemlich nice. Übrigens, ihr könnt natürlich auch mehrere Betten, äh, ein Bett pro mehrere Personen nehmen, weil die Positionen, die könnt ihr verwenden, wie ihr wohlkommt. Und ansonsten würde ich sagen, kauft mein Merchandise, der ist wunderbar und grün. Manchmal ist er auch blau und lila, manchmal ist er auch grün, gelb und rot. Könnt ihr euch aussuchen tatsächlich, gibt alle fünf Farben, ist ganz cool. Und dann sehen wir uns am nächsten Mal. Ich lasse jetzt hier noch eine krasse Endcard laufen, ich bin Jimmy Nud schon. Das war mein Video. Viel Spaß mit meinem Gedankenblitz. Und, äh, lasst jetzt ein Abo da. Her hat ein Abo. So, differentiate Urban. Und, äh. Oder Bärk." Ich lebe hier bei dir. Tür, wir units, wir, bis hin zuräumen, kann man er endlich New Ăbo. Undא. Eine половine.